Okay, weiter geht's. Jetzt gehen wir in die Welt. Auf der Herausforderung musst du SP setzen. Dein Gewinn richte sich nach der Ratte. Scheiterst du jedoch, verlierst du dann... Achso. Maximal 14 Treffer einstecken. Hast du die Herausforderung? Ach komm, das schaffe ich. Das schaffe ich locker. Maximal 40 Treffer, okay. Schaffe ich das? Ich hab's nie gewusst, was diese SP-Jerausforderungen waren. Ich darf mich nicht treffen. Ich müsste eigentlich auch nicht gegen die Kämpfen, aber naja. Man kann im Harz... Herz sagt Kämpfe. Für die Gerechtigkeit. So nicht. Wo ist ein Herzloser noch? Hier muss doch noch einer sein. Ach da. Das ist die einzige Ebene, okay. Ach komm, ich geh ja erstmal durch die böse Welt. Ach, ist klar. Ihr seht, es gibt auch Adobaten, die böse sind. Und die sind nicht nett. Wo, 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 wo. Es gibt zwei Gegner hier. Und wir haben die Welt gereinigt. Ich mach's jetzt echt nur wegen den SP-Pumpen. Später gibt's jetzt auch noch einen Gegner, der richtig beschissen ist. Wenn ich den hier sehe, laufe ich von der Tor weg. Äh, ein Freund von mir hat meinte, wenn man den besiegt, wie meine Trophäe, kann ich auch probieren, wenn ich ihn besiegen kann. Das Geile ist, ja, wenn man außerhalb der Welt geht, bleibt noch der Schaden, den man davor angerichtet hat an den Gegner. Deswegen lohnt sich das eigentlich auch schon, aber ist riskant bei dem Wichser. Weil der schlimm ist. Ein schlimmer, schlimmer Wichser. Heiltrank. Ne, da geht's raus. Aber ich will jetzt noch nicht raus. Ich will erstmal in diese Welt da rein. Und gucken, ob der Wichser da drin ist. Nein, Adobaten. Ist klar, dass ich sowas hier auf einmal so, äh, auf einmal, wenn es auf Deutsch ist, schaffen kann. Man sieht, er sieht, wenn es auf Englisch ist, hätte ich irgendwann mal mit jetzt von etwas am Keller, weil ich immer übersetzen musste. Wenn es auf Deutsch ist, geht es 100 pro ohne, ohne Probleme. Und es kommt dann vorne Gegner. Dieses Muster hier, äh, also Ebene-Muster gibt es öfters. Da haben die, äh, haben sich den Wichser nicht so viel mehr gemacht, aber ist auch verständlich, weil die viele, die können auch richtig extreme Ebenen machen. Später gibt es aber welche, am Ende. So extreme Ebenen. Die gehen, das geht einfach nicht mehr. Sturmlauf. So sind die so leicht. Es muss doch hier einen Grund geben. Es muss. Ich akzeptiere einfach das nicht, dass die jetzt so leicht sind. Ja. Verdammt. Komm. Sie kann die Kiste in der Luft streben. In der Frage ist nicht, ich akzeptiere es einfach. Bitte nicht. Okay, der Gegner kommt noch nicht. Wer kommt später? Aber ich hoffe viel später. Jey, sie ist den Camp verlassen. Und wie ihr seht, es hat sich gelohnt. Ah, er, Debugger. Und wir haben dieses Problem gelöst. Ah, endlich wieder Ruhe. Also dann, gute Nacht. Hey. Suche weiter, Renault. Ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt wieder da sind. Obwohl ich die... Ach ja, stimmt, ich bin ja in diesem... Komm. So, ich will das mal wegbekommen. Kannst du hier, ja, Bugchips wegbekommen. Das habe ich auch schon geserrt. Yep. Und... So. Hört dann mal Gio meins. Warte, was ist das hier? Ich mach das eher hier rein. Okay, wartet mal. Okay. Ähm, ungenauern. Ach, komm. So. Ähm, äh, Ausrüstung. Ich bin jetzt auf der nächsten Stufe. Ihr seht ja neben den Sternen, es ist ein Gleichheitszeichen. Und ja, neuer Tagsverlager, äh, Leiste. Ich habe Eis-Konto bekommen. Da konnte, glaube ich, auch davor. Aller egal. Das habe ich jetzt. Und es geht einfach mal weiter. Ich habe ja sowieso noch, ähm... Jetzt würde ich mal sagen, 13 Minuten. Ich muss jetzt auf die Uhr achten. Ähm, okay. Was habe ich jetzt angestellt? Junge, Junge, gibt es hier irgendwas umsonst? So komme ich jedenfalls nicht durch, ob das auch zu einem Bug liegt. Ja, es liegt an einem Bug. Ich weiß noch, wo der ist. Die kann mich auch irgendwie nicht sehen. Und wir haben den nächsten Bug gefunden. Ja. 35 Bug-Blöcke zerstören. Ach, das schaffe ich doch locker. Ob es jetzt sowas Schweres ist. Ach, die Kacke. Rote Blöcke mit riesigen... Äh, nach einer Weile bewusst so... Ja, okay. Wie viele Gegner gibt es einen Gegner? Okay, ich muss jetzt gekonnt nachdenken, wie ich das jetzt anstelle. Ich muss das jetzt berühren. Jetzt explodiert das. Ah, wie langsam das ist. Okay, jetzt geht's los. Okay. So, heilige Scheiße. Im Endeffekt habe ich mich selbst getötet. Also, fast getötet, meine ich. Es gibt noch einen Gegner hier. Achso, eine Ebene, meine ich. Ach. So, und so. Komm, schneller. Yep. Und dazu... Nächste Ebene. Äh, 20 Bug... Ja, warum es... Ob das eine schwere Aufgabe wäre. Ja, ist klar. Hier seht ihr schon kommen, oder, Leute? Ihr seht ihr schon kommen. Komm, die mussten rot werden. Nicht gelb. Hallo? Okay, ich muss noch ein bisschen warten. Ja komm, raste aus Ich warte noch ein bisschen Er muss sich wiederholen Ich will ihn nicht sofort töten Ich will ja die Herausforderung schaffen Damp man Guck mal, eine andere Farbe Warum Silber? Euch kann ich da nicht angreifen Damp man, mein Leben Hm, weitermachen Ich hab jetzt Punkte verloren, man Das regt mich jetzt gerade auf Ey, das mache ich 100 pro normal 100 pro Ja komm Ey, wenn ich diesen dummen Fehler nicht gemacht hätte Ja komm runter, du kleine Pussy Das muss ich mehr dafür tun Hab ich irgendeinen Block zerstört? Anscheinend schon Hallo? Hey Hey Ich schwäche ein bisschen schon Okay, jetzt muss ich aufpassen Dass ich ihn nicht treffe Okay Komm Mach mal wieder deine Kinder hier Häptige Musik Und ich habe es geschafft Ich hätte es noch besser hinbekommen, aber Ich hätte es besser hinbekommen, aber Nein Wir sehen mal, ob ich alle Belohnungen geschaffe Wenn nicht, dann mache ich das nochmal Schaffe ich alle Kommt was Okay Ja, das muss ich nochmal machen Das muss ich nochmal machen Ich will alles holen Das muss ich jetzt später nochmal holen Und wenn ich die Zeit jetzt schon habe Kann ich das auch Kann ich doch gleich jetzt machen 50 Ja Komm Gleich nochmal Ich kann wegschalten Oder nicht Ist eure Sache Das will ich jetzt alles erledigen Ich schaue mir das alles vom Weiten an Stört meine Kinder Danach So geschafft Ja Wieso nicht gleich am Anfang so Äh, nächste Ebene 50 Ah, alles Kinderkacke Alles Kinderkacke Ach Was erwartet mich hier denn Ach ja, diese Teetasse Ähm Später kann man Ach, das Erkläre ich schon, wenn der Zeitpunkt da ist Wo bist du, mein Freund? Mein Freund Mein Freund Mein Freund, ein Kumpelstecher Hier, komm Hol deine Kumpels wieder Und wie ihr halt gesehen habt Es gibt auch die roten Version Das wird meine Stimme los, verdammt Ja Wir haben einerseits Punkte jetzt geholt Und andererseits auch etwas für Unsere Erfahrungspunkte Yep Yep Warte, das ist das Richtige? Ja Erfahrungspunkte Ach, ich kann nicht ins Mini Da oben war ich schon Ich muss da runter, weil da unten auch ein Weg war Sag ich ja Okay Okay, es ist weg Jetzt kann ich das einfügen Ähm Abwehrm Eisresistenz Null Schiff Okay Bestimmen Sie die Hoffnung Mit der Gine Beute zurückzulassen Hier, die Marate Destiniert Dreh Wird sowas Okay, Maximum Warte, hier Die Rate Destiniert Dreh Wird sowas Achso Achso Kann ich machen, wenn ich irgendwelche Items brauche Naja, jetzt aber momentan nicht Wo sind die ganzen Nullschubs, die ich einmal hatte Ach, hier sind die Okay 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 Erstmal alles töten, was mir in die Quere kommt Hier kommt eine Riesensorte Gegner, die kenne ich schon alles Mein Gedächtnis, wenn es um Spiele geht, ist mein Gedächtnis einfach perfekt Ach komm Das wollt ihr jetzt noch anrichten Das war jetzt ein Fehler Fehler Ein sehr ziemliches Loch Hm Loch Okay Wir sehen uns das nächste Mal Ich glaube Ich glaube